um alle Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's play together Ticket Classic ich wollte schon Minecraft war ja leider ist Julien Juli hatte connecting Probleme genau der kleinen Schnitzel das kleinten aus dem der komischen Grund kann er nicht auf dem Server join warum auch immer und ja wir machen jetzt einfach mal weiter so in den letzten Folgen bin ich in der letzten Folge bin ich ja gestorben dank den Monstern aber es ist egal wir machen jetzt einfach weiter die Maschine funktioniert super vor der Aufnahme ist sie schon zweimal übergelaufen die habe ich jetzt so in den in den Table schon reingemacht und ich würde sagen wir tragen jetzt hier den Berg hier ein bisschen ab ich mache mir gleich mal eine Schaufel ach ja ich habe mein Holz auch verloren geil wie ich runtergeflogen bin das ist ja überhaupt nicht nervig wie wie lang hast du die Wittchen Weg gebaut das für den Weg gehen hier in den nicht kaputt als du nicht darüber gebraucht ich weiß nicht die hat das war bis zu uns bis zu Anfang der Insel weil dann ja Kissen waren mit Sachen und hast du nicht gesehen und bei dem Haus das Leben und ich starten so es kriegt kein Holz mehr raus da ist es auch normal und das gleiche im Ziel Jörg was du holst verdammt sich meinst verloren Tronoloy ich guck mal ich muss so eine Melone man kann ich daraus irgendwie 16 in 24 das könnte vielleicht du siehst es kann man sich löschen das gibt es nicht aus 9 um um ich will unbedingt auch mal um ob von der vielleicht bauen das mache ich ja nun weil du kannst du es mit technik auszahlen ich mache ich schon ich mache es ganz normal oder für vier kompistoren so jetzt habe ich wieder holz Gott sei Dank ich lege einen rein damit man den immer rausholen können so und die Dings läuft schon wieder über das ist ja richtig geil mehr EMC wir brauchen aber echt eine größere Kiste er macht neue jaja ich muss noch kommen wir haben ja noch mal Kisten da man schnitt doppelt Schester aus und so um um macht das habe ich schon das 4 auch schon beim bauen gerade was ich baue weiß aber eh keiner wenn ich es so richtig baue aber ich hoffe es einfach mal interessant doch keine Opferleuten was in den nächsten Folgen im Raum ist ja auch mehr fällen bis zu die Diener ich muss sie erst mal um so die Knie so hoch ist jetzt ist es noch nichts gespawnt muss ich so sehen erkläre ich bin auch da mehr dort stimmt jetzt kommen vorhin war noch nix da ist eine Spinne ganz nah bei mir ach die klatsche ich jetzt runter okay dann bist du halt gestorben oh da kommst du nicht mehr rüber ne ach geil soll ich ihn wegklatschen für dich wen ja der Mr. Sprengmeister ja kannst du machen viermal muss ich schlagen damit der endlich mal drauf geht die Spinne komm her komm her komm her oh du brauchst das Endportal ich hoffe es ist so richtig Bauer ja müsste passen hallo wer du brauchst mich jetzt und Hachen nehmen ich weiß nur so richtig haben wir ein Teil gebaut Prozent du hast dann so ein du hast es zwölf Stück er und vier nieder sind falsche komm warte dann ist nur drei mal drei glaube ich so ich mich so denke ich so so dass halt alle genau ausgehen ich denke das ist so richtig Hilfe oder ja und heute kommen wir natürlich warte wenn es brauchen wir noch erst mal etwas viel Lava ich weiß nicht ob das jetzt so richtig ist ich weiß ja wie man das anmacht noch ein Enderperlen und Lava ja Enderperlen kann man ja aus EMC herstellen und Lava glaube ich auch oder ja kann ja fast alles herstellen ich muss das hier dann abbauen ich bin schon am Schnitzeln um am schnitzeln guck mal wie viel EMC wird wenn der Perlen braucht und ich glaube über tausend auch zu scheißen Eier auf einer ist ein tausend siebenhundert zwei neunzig ich kann noch nachgucken ein tausend vierundzwanzig hat die Enderperlen zu scheiß so und klar oder nach was ein Krieger gut dass ich schnell Prozent fertig war weil es ist eine spinne nachher kommen den Scheiß ja ich bin was tot hat Schwarzpulver eigentlich auch ein hohen EMC Wert ja ich glaube über 100 192 die hatte ich erst entsprechen dass ich erst mal in meinem Ding ein wo kann ich das nicht verbrennen durch Schwarzpulver ähm es gibt mehrere Kategorien es gibt um was gibt es denn überhaupt ich kann da gar nichts reinlegen dann ist das Wurper da gibt es Juhl da gibt es glaube ich Juhl da gibt es verschiedene Kategorien du kannst nur eine Kategorie zusammentun das heißt wenn es jetzt Juhl rein tust kannst du keine anderen Sachen rein tun was kein Fehl ist hast du denn dieses Covalence Ding schon geholt sie sind das Dinger Sonne die hol ich noch wenn es um ist wir brauchen diese das eigentlich nicht weil wir können auch um die Chess einfach so rausholen ach nee weil dann wird dann ist ja schon fertig zähl wird 100 Prozent erforschen ach die hast du doch schon und ein kleines Stein oder sich und wir haben ein kleines Prozent allerdings habe ich schon geholt aber die drei das sind nicht und sie nicht mit genommen vergessen au ich will jetzt mal enderperlen ich meine ich kann dir das da immer noch nicht reinlegen stimmt scheiße da musst du wenn du wieder was die Oranien oder du tust den aus der Art dort rein also auf die Seite auf die linke Seite legst du einen rein der speichert die Dingens und mit denen kannst du auch durch alles rausnehmen irgendwie so ist es wenn ich mal Oranium reinlegen kann ich ihn verbrennen den kleinen Stirn da brauchen wir die noch und brauchen wir der ist wichtig und was da kann man den im sie speichern und wenn zum Beispiel so der Fall ist dass du was anderes allein liegen willst muss das mit der Energie rausnehmen durch diesen Star und dann kannst du es ist in dem scheiß starb die Energie drinnen kann ich jetzt vorliegen dann ist es ehem ist sie da drin wieder okay gut du brauchst nur auf der linken Seite reintun und kannst du das dort rein speichern bekannst du auch benutzen wollen zu mir komisch sind zu viel oder zu vermitteln da noch mal ganz wir müssen mal nachkampen ach nee wie viel hat man in der Perle 1.024 1.024 jetzt hab ich fast drunter geflogen ich hab für mich ich hab schon mal ganz viele Slabs rein ich hab für mich fällt jetzt nicht gleich die Spinne an ah die kommt schon langsam näher das gefällt mir ich hab schon eine Ender Perle oh Gott die kommt und und die ist runter geflogen wie geil das liebe ich an diesen dummen Mops damals waren sie noch nicht klug ganz viel Koppelstuhl kam zu mir und ist runter geflogen Patrick gar nicht alles Leps auch benutzen ja klar in derzeit wenig Koppelstuhl noch oder bild ich mir das ein ja ich bau grad die Plattform ein bisschen größer nur noch zwei in zwei Stacks komm es sonst Leps WTF was ist denn jetzt los ist irgendwas explodiert aber es ist nichts kaputt gegangen da kommt ein Skelett das packt gerade im Boden rum ist nicht mehr hä äh und die Verkaufel es ist ja nicht durchdurchs doch äh äh mit Hälfte ist ein Loch das ist wenn hängt da fest ich habe ihn bis zur Knochen gekonnt es ist auch ein Ding wird alles in Ordnung was warum guck dir mal da das Loch an dann weißt du warum es da drin ach so ja ich hab's gesehen da ist das Geld kann ich mir jetzt noch nicht gelebt 770 EMC habe ich wieder durch die Mops kriegen wir zusätzliche EMC auch noch dazu das ist jetzt gut um der ist Rot und Mann auch Blaise Powder nämlich die Eier auf Ende was denn man wie viele EMC habe ich denn überhaupt aber es war ich schon ich hab's fast 2000 um ich würde sagen ich würde hier mal Formbau Essensfarm stimmt wir wollten hier auch eine Erhöhung machen wir brauchen sehr viele EMC First End und mich hat jemand angeschrieben warte ich mach mich kurz auf beschäftigt und wir beenden jetzt die Folge wir sehen uns beim nächsten Mal tschüss 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 tschüss